Sahut kloppt nicht ran. Auch das war Foul. Der lässt einiges durchgehen. Nochmal Beste, der ist sehr gut. Erste Szene. Isaac. Schöner Pass von Beste. Das haben sie jetzt mal sehr sauber rausgespielt. Weil Rode eben zurückkam. Sehr gut. Das ist genau das, was ich meine. Denn Bergamo. Stark gemacht. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es sehr gefährlich. Bisschen lang für Kastanie. Geht aber noch. Sauber gespielt. Böcki, Achtung. Sehr schön bei Luzern. Da ist er am Ball. Müsste jetzt schnell an der Linken spielen. Und dann... Spinozola. Gegen Passlack. Keine Chance für Passlack. Vielleicht die größte Chance des Spiels. Ganz schnell der 1 gegen 1. Sie haben ihm gleich hier in Italien einen Vertrag gegeben. Bis 2020. Rode war überrascht. Subotic da vorne. Die Schwierigkeiten gehabt, Platz zu bekommen. Immerhin. Philipp mit einer Torchance. Aus 20. Auf 22 Meter abziehen. Geht den Freistoß nicht. Sehr gut von Subotic. Passlack. Passlack. Pulisic. Wow. Tolle Parade zweimal. Beste Szene. Fiel geht über die Innenverteidiger. Und dann das darf natürlich da nicht passieren. Das ist kein Abseits. Und das war eben dann doch ein Fehler vom Keeper. Es ist so ein bisschen wie gegen Español. Nicht wirklich so, aber eben so ein wenig vom Verlauf. Gerade eben wollte Atalanta auswechseln. Und jetzt fällt es der Treffer. Der macht ein gutes Spiel. So, das ist hier. Der fast den Top-Mark nicht kriegt. Und dann Pulisic mit dem Treffen. Und dann fällt es der Nummer 2, 13, Jürgen Ilicic. Ilicic. Ilicic.